Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 unserer New York City Reise. Ja, wir sind gerade im Central Park auf dem Weg zum American Museum of National History. Hey zusammen, wir sind Francesca und Patrick und gemeinsam sind wir Explore the World. Ob Großstadt, Kleinstadt oder doch das Land, ihr seid dabei, wenn wir um den Globus fliegen. Aber schaut selbst, wo die nächste Reise hingehen wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wie man sehen kann, sind wir aktuell am Rockefeller Center und hinter uns steht der bekannte Weihnachtsbaum. Und es ist ein sehr emotionales Erlebnis, aber ihr werdet es sehen. Guten Morgen, heute steht für uns an... Ja, für uns geht es heute zum 9-11 Memorial, wahrscheinlich dem bekanntesten Ereignis in New York, was 2001 war. Anschließend wollen wir noch gucken, ob wir aufs One World kommen. Aber schaut mehr. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.